das stimmt doch gar nicht und damit herzlich willkommen zurück zu let's play zu infimus ist hier gerade her gesprungen jetzt können wir gucken wo die sich befinden der ist da und der auch eigentlich wollte ich das nirgendwo ziehen meins sehr gut dann haben wir das auch jetzt kommen wir da hoch wir wollen ja die stadt sicherer machen heute und zwar sehr sehr viel sicherer man ja 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 das war aber scheiße knapp auf einmal ja ja was haben wir heute zu tun liebe leute wir wollen heute das letzte viertel der stadt angreifen das ist erstmal der hauptplan an der sache an der ganzen story jetzt muss ich also wissen wo ich muss gibt keine pizza mehr ist aus ja wir wollen heute natürlich wie gesagt das letzte viertel der stadt hochjagen und zwar das hier wir fangen hier oben an und da arbeiten uns wir durch haben wir haben es ist das größte viertel überhaupt das weiß ich wir haben zwei kommende zentralen aber ja dementsprechend weiß ich nicht ob das heute alles an einer folge durch passiert kommt also das kommt darüber nicht aber zwischendurch mache ich sowas mal höh höh so schwille gerade die haben auf jeden fall da oben schon einige stehen das ist nämlich das erste teil der erste teil den wir jetzt ganz angreifen werden die sind aber ich glaube so amuse sind die nicht so amuse sind die jungs nicht so der junge ist geschichte ja naja ihr wollt mich auf jeden fall ein bisschen ärgern das ist mir schon klar so hat er schon mal weg der junge hier hier nein Nein! Der habe ich auch noch mitgenommen, obwohl ich eigentlich mit dem Dings raus wollte. Tüdüdü. Also müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was einfallen lassen. Wie gesagt, wir arbeiten uns heute wieder ein bisschen durch. Ich denke, dass wir heute alle vier Folgen, die ich jetzt in der Folge aufnehme, damit, äh, beginnen. Äh. Damit beginnen auf jeden Fall, dass wir ähm, das Ding hier oben holen. Ich muss gerade gucken, wo befindet sich das Geschütz. Wo kam das denn her? Das muss doch einen erhöhten Standort haben, wenn man das irgendwie ein bisschen angreift. Wenn ich es sehen würde. Da oben. Scheiße. Ja. So, es war weg hier. Da ist sie. Also das Wichtigste ist, dass man diese scheiß Kamera zum Ball hat. Ja, wo ist es? Okay. Auf jeden Fall, so. Kaputt. So. So. Hör mal! So, Verdächtiger ist gerettet. Wir müssen eigentlich, wie gesagt, wir müssen jetzt ja eh durcharbeiten irgendwie. Wo ist denn der Scheiß? Ohi, ohi, ohi. Bisschen verzittelt. Was ist denn? Ja, die kommt von der anderen Seite, ne? Das ist es halt. Ja, die kommt von der anderen Seite, ne? Scheiße. Ja, mein Gott, nervt dich nicht. Diese scheiß verfickten, äh. Äh. Naja. Naja, die, die. Diese scheiß, äh. Betonklösse. Das heißt, wir müssen jetzt immer wieder wegarbeiten. Immer wieder weg. Immer wieder ran. Immer wieder weg. Immer wieder ran. Also, so anders geht's halt leider nicht. Ich hab's wieder geschützt erhoben, oder was? Ich hab'sérer nicht. Pass das da. Ok. Eischen auf. Un lite... Ohu. Und mir Olden, die Tillят. Shall I also stay da dieiligen Z сотруднич momentos. Das heißt, wir können ohne Liebe jetzt aber offen, dann wieder droOk gesperование Nintendo zu schalen. nein oh mein gott vergiss es jetzt war weg damit die wollen auf jeden fall spielen das ist klar geschützer stellt das ist das allerwichtigste erst mal digg Ja, leck mich auch. Oh, äh, ja, ich dachte, ich könnte da jetzt irgendwie reinkommen, aber... Oder durchkommen, nein, allerdings nicht. Alter, was für eine... So, raus. So, Rauch. Ja, gut, der ist oben, ne? Ja, ich schicke mich da rein. Ich weiß, wo ist der? So, es ist, glaube ich, nur noch der eine, ne? Zwei sind es noch. Oh, so. Geschichte. Boah. Also, ich muss sagen, definitiv nicht ohne. Ist gut, ich habe ein bisschen Selbstzieleinigung. Da fehlt da noch irgendwas, oder nicht? Ist gut, ich habe jetzt hier ein bisschen Ruhe. Weil ich habe hier keine Gegner gerade mehr. Oh, hoffentlich war die Kamera teuer. So, der ist auch down. Da oben ist der letzte. Ah, da komme ich nicht ran von hier. Scheiße. Zwei kriegen wir uns sonst verballert. Aber wie komme ich jetzt an diese Geburt, äh, an die Zentrale ran? Also, das ist, weil eigentlich muss die ja offen sein, oder nicht? Oder habe ich da jetzt gerade noch was verpasst? So, der ist down. So. So, jetzt müssen wir eigentlich fast alle Kameras hier in der Stadt down haben. Aber wie komme ich jetzt weiter? Wie komme ich jetzt weiter? Ich würde fast sogar hier Wetter eingehen, dass es oben nochmal weiter geht. Oder auch nicht. Jetzt haben wir es. Es war nur einer, die noch fehlte. Kaputt. Nein, downtown ist noch nicht komplett erobert. Es fehlt noch ein Teil. Und zwar die andere davon. Ein kleiner Vorteil ist, ich kann mir meine Kraft wieder aus... Ähm, meine Kraft wieder... Äh, damit aufladen. Da ist noch einer. So, warte mal, was sind die Letzte? Fehlt noch kein Elf. Ich dachte, es fehlt noch einer. So, jetzt ist es klar. So, jetzt haben wir alle Käfige... Der nächste Käfig offen. So, ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen... Energy. So, die ist wieder da. Und wir den Rest... Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank. Vielen Dank.